Hallihallo und herzlich willkommen hier bei mir auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr mal wieder reinschaut. Ich werde mich heute ein bisschen um das Thema, wir machen Windows bunt, kümmern. Ich habe zwar aktuell eine RGB-LED-Tastatur vor meiner Nase, mechanischer Art. Das hört man, wenn ich tippe. Aber das, was heute hier Thema sein soll, ist, dass das Windows selbst ein bisschen bunter gestaltet werden soll, passend zum Wetter. Wir haben ja Sommerwetter. Aktuell habe ich hier in der Wohnung noch 30 Grad. Wir haben heute den 14.08. Und ihr seht, das ist ja seit Stop aktuell das Video. Und ihr seht auch, ich habe doch eigentlich einen relativ düsteren Hintergrund hier ausgewählt, der aber mir sehr gut gefallen hat. Das war das Thema mal Ninja-Cat. Wie gesagt, gab es zum einjährigen Jubiläum von Windows 10. Und wir machen es gleich alles mal ein bisschen bunter. Und ich zeige euch, wo bekommt man es her und wie stellt man es ein. Was kann man überhaupt ändern? Mehr danach seht ihr gleich nach dem Intro. So, schön, dass du da bist. Und ich hoffe, das Intro hat dir gefallen. Vielleicht werde ich das Intro noch ein bisschen verlängern. Mal gucken, ob ich da noch ein, zwei Ideen habe, was ich da noch mit reinpacken kann. So, schon mal ganz gut. Aber vielleicht kann ich es noch etwas länger machen. Nichtsdestotrotz geht es jetzt erst mal um das Thema bunt. So, also wie gesagt, wir fangen einfach mal an mit dem Desktop. Das, was man am ehesten sieht, wenn man nicht viele Fenster offen hat, ist ja nun mal der Desktop. Und ich sage mir heute mal, okay, ich möchte meinen Desktop ein bisschen bunter gestalten. Das mache ich mit der Rechte Maustaste auf den Desktop klicken und ich gehe dann auf Anpassen. So, jetzt habe ich die Möglichkeit, hier vorgeschriebene oder vorgegebene Bilddateien auszuwählen. Und wir sehen, da ändert sich auch sofort der Hintergrund. Ich klicke mal nochmal auf den und dann seht ihr hier das einjährige Jubiläum und der klassische Windows 10 Hintergrund. Und das sind die, die normalerweise verfügbar wären. Was es aber auch noch gibt, es gibt, wenn man auf Designs klickt, die Möglichkeit bei Microsoft aus dem Store. Geht dann halt der Store aus. Da gibt es die Möglichkeit, sich die Sachen herunterzuladen. Ich zeige euch mal hier ein interessantes Thema und habe gerade festgestellt, dazu gibt es noch ein neues. Das habe ich noch nicht heruntergeladen. Das mache ich nach dem Video. Sonst, wenn ich das hier live mache, dann seht ihr meine E-Mail-Adresse. Und ich möchte auf diese E-Mail-Adresse jetzt nicht unbedingt Spam-Mails bekommen. Also, sorry, wenn ich das hinterher mache. Okay, also, jetzt haben wir die Möglichkeit, wenn wir das Design schon mal abgeholt haben, einmal drauf zu klicken. Und rums, wir sehen, jetzt sind wir von den klassischen Windows 10 Logo nach wie vor begleitet. Aber das ist sehr farbig gestaltet, was sehr gut aussieht. Also, mir gefällt es persönlich sehr gut. Ich hoffe euch auch, wenn ja, kann ich es euch nur wärmstens an Herz legen. Wie gesagt, dieses Desktop-Thema nennt sich Pride. Und dann sehen wir, hier ist noch ein neues, Pride 2020. Und hier sehen wir auch hier unten in der Vorschau, wie das ist. Ah, auch nett. Das werde ich mir mit Sicherheit nachher herunterladen. Gucken wir mal nach. Die vier Screenshots sind dabei. Ich hoffe, dass da noch mehr drin sind, dass nur die Screenshots vier sind. Naja, okay. Das wäre schon eindeutig mein Liebling denn jetzt hier. Und wie gesagt, einfach auf herunterladen klicken. Kostet euch nichts, aber ihr müsst dazu einen Microsoft-Account haben. Und wie gesagt, wenn ich jetzt draufklicke und will es herunterladen, fragt ihr nach und zeigt meine Microsoft-E-Mail-Adresse. Das lassen wir jetzt mal kurz bleiben. Aber ihr seht, wir haben schon damit einige Möglichkeiten. So, weiter geht's noch. Ja, nee, wir können gleich, wo wir da sind, hier dabei bleiben. Pride haben wir ja gerade eingestellt. Und wir haben jetzt auch noch die Möglichkeit, zu sagen, wenn wir auf Hintergrund gehen, dass wir einstellen können, in welchen Zeitrahmen wird dieser Desktop-Hintergrund geändert. Wir haben hier auch mehrere Bilder dabei. Weil, ich weiß nicht, wie viele es sind, ich glaube, sechs oder sieben, ich weiß nicht genau. Sollte in der Beschreibung des Desktop-Themas aber drinne stehen. Und ich sage mal, also alle 30 Minuten ändern. Das ist toll so. So, und dann kann ich ja noch weitergehen bei den Farben. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, zu sagen, und das werden wir jetzt auch gleich mal ausprobieren, dass er eine automatische Akzentfarbe aus meinem Hintergrund auswählt. Und wir lassen zu, dass er das auch im Startmenü, in der Taskleiste und im Infocenter macht. Sowohl auch in den Titelleisten und Fenstnerrahmen. So, und dann machen wir jetzt mal hier den Editor auf. Und wir sehen, der hat jetzt dementsprechend eine Farbe herausgesucht. Wir machen mal das Startmenü auf. Wir sehen, er hat eine Farbe herausgesucht. Und auch bei der Taskleiste hat er sich eine Farbe herausgesucht. Wir könnten diese Farben auch theoretisch selber machen. Indem wir sagen, hier in dem einer meiner Letztverwendeten. Wir können auch eine Farbe selber zusammenmischen. Oder eine aus diesen vorgegebenen Farben hier verwenden. Ich nehme jetzt mal Grün. Hatte ich nämlich noch gar nicht. So, und da sehen wir, jetzt ist der Spaß grün. Und auch hier in dem Fenster-Chin ist er jetzt grün. So haben wir die Möglichkeit, uns die Farbe selber einzustellen, wie wir es gerne möchten. Und wir können auch aussuchen, wohin wir das packen wollen. Und zwar ins Startmenü, in die Taskleiste, ins Infocenter oder in die Titelleisten und Fensterrahmen oder halt alles zusammen. Als nächstes haben wir noch die Möglichkeit, und da ist es schön, dass wir das Textfensterchen gerade mal offen haben. Wir gehen mal hier auf die Startseite zurück und ich tippe jetzt mal das Wort Cursor ein. So, und dann gehen wir mal bei Cursor-Breite ändern. Und da sehen wir gleich, ja, hier ist ein schönes Vorschau. Ich habe es schon mal getestet natürlich. Und zwar haben wir hier den Vorteil, dass wir uns diesen Text-Cursor-Indikator aktivieren können. Und das ist fantastisch. Wenn ich jetzt hier irgendwo reinklicke, ich sehe sofort, wo mein Cursor steht, weil ich hier in dem Text als einstes, wo ein Farbkleckser ist, ist der Teil, an dem mein Cursor dranhängt. Ich könnte jetzt noch die Cursor-Breite selbst auch noch ändern. Ich könnte sagen, hier macht die mal dicker, machen wir mal 4. Und gleich mal volle Größe, so, machen wir mal 5. Noch dicker geht nicht. Ich finde jetzt nicht, dass er wirklich dicker geworden ist. Ach nee, sorry, hier unten ist er. So, da haben wir. Aber jetzt sehen wir, jetzt haben wir einen dickeren Cursor und auch, wir haben wir ja die Breite des Symbols verändert. Ja, dies ist klar im Vorteil. Ich mache mal, oh, 3 ist okay. Okay, so, jetzt sehen wir nämlich, jetzt haben wir diese Cursor-Marke und sehen immer schön, wo der Cursor steht und der Cursor selbst. Da kann man ganz unten am Ende hier gehen und noch eine Leerzeile reinmachen. So, da sehen wir auch die Cursor-Breite innerhalb des Texts, wie schön der sich darstellen lässt, indem man einfach eine farbige Markierung da dran setzt. So, und schon haben wir die Markierung mit dabei und sehen auch sofort, wo der Cursor ist. Also ist bunt nicht schlecht, denn bunt kann durchaus dafür sorgen, dass es üblich sichtlicher wird. Und wo man sonst eigentlich immer davon ausgeht, oh, bunt wird unübersichtlich, nee, nee, hier hilft es sogar. Und wo wir schon gerade dabei sind, bleiben wir mal gleich in den Einstellungen dran. Ich gehe aber wieder zurück auf die Startseite und dann gebe ich noch die Möglichkeit der Mauszeiger-Einstellung mit dazu. Und hier sehen wir, aktuell haben wir jetzt einen weißen Mauszeiger. Bis dato habe ich immer sehr gerne genommen, den Mauszeiger, der immer die Hintergrundfarbe nimmt. Ich schiebe das mal hier ein bisschen beiseite und dann seht ihr gleich, wenn ich auf verschiedene Farben gehe, ändert sich der Mauszeiger immer dementsprechend in die Gegenfarbe. Also ist ja relativ gut zu sehen. Was aber auch hier neu ist, wir haben die Möglichkeit, uns Mauszeiger-Farben auszusuchen. Die können wir auch selber bestimmen, wie wir was haben möchten. Hier können wir uns dann die Farbe selber zurechtmischen, wie intensiv wir sie haben wollen, welche Farbe wir haben wollen. Hier könnte man auch noch die, wenn man die RGB-Wert kennt, könnte man auch die eintippen. Ansonsten einfach reinklicken und die Intensität mithilfe der Schieberegler dann dementsprechend anpassen. Okay, Lila ist jetzt nicht unbedingt meine Farbe. Nehmen wir mal ein bisschen helleres Blau, alles klar. So, und sagen fertig. So, und wir sehen, jetzt habe ich einen blauen Mauszeiger, den wir dann an der Farbe erkennen. Und wir können ihn auch nochmal an der Größe verändern. Auch ein schönes Beispiel ist hier dann auch nochmal, wenn ich in meinen Discord reingehe, dass sich die Mauszeigergröße so angepasst hat, dass ich mein komplettes Logo damit verdecken kann. So finde ich immer meinen Cursor auf Anhieb wieder. Muss nicht suchen, da ich hier zwei Monitore habe. Verdoppelt sich natürlich auch die Fläche, auf der ich suchen muss. Leute, die ein 3-Monitor-Setup haben, die haben dann schon das Problem, den Mauszeiger zu finden auf drei Fenstern, die dementsprechend vielleicht auch noch mehrere Sachen zeiglich offen haben. Da sucht man echt seinen Mauszeiger. Und das macht es hier sehr, sehr, sehr viel einfacher und passt halt auch aktuell ein bisschen zum Sommerthema. Ja, und das war eigentlich ja auch das, was ich euch heute zeigen wollte. Ich wollte euch zeigen, wie man den Desktop endet. Wollte ich zeigen, wie man die Mauszeiger ändert, wie man den Cursor ändert. Und dann gehen wir nochmal auf die Designs. Dann gehen wir nochmal auf weitere Designs aus dem Microsoft Store abrufen. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, das Thema, was ich hier gerade offen hatte, das ist das Pride 2019. Ich habe gerade gesehen, es gibt ein neues Thema Pride. Besuchen wir mal. Da gibt es ein ganz neues mit Pride 2020 Flex. Und auch das werde ich mir mit Sicherheit herunterladen. Das ist kostenlos und können auch mal in der Vorschau gucken, was da für Bilder mit dabei sind. Ich habe mal ein paar Bilder in der Vorschau drin, das sind nur vier Stück. Aber immerhin, wenn man jede halbe Stunde die ändert, hat man immer schönen Hintergrund, der optisch ansprechend ist. Ist natürlich im Auge des Betrachters, was man toll findet oder nicht. Ihr seht auch hier, da sind sehr dunkle Themen hier. Zum Beispiel Light and Darkness oder Dark Skies. Ihr habt da mit Sicherheit schon bei mir in mehreren meiner Videos gesehen. Ja, aber nichtsdestotrotz, aktuell bin ich auf frisch, fröhlich, farbig. Und das war auch genau das, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ein Kommentar wäre auch ganz schön, wie euch sowas gefällt. Ob ihr mehr davon wollt, wie gesagt, gerne ab in die Kommentare. Vielleicht sehen wir uns demnächst wieder hier bei mir auf dem Kanal. Bis dahin bin ich erstmal raus und sage Tschüss.